So, da bin ich wieder. Heute Mittag gab es einige fürchterliche technische Schwierigkeiten. Anderer Zeitraum und wurde neu gestartet und hoffentlich sind mir die Funkwellen meines Internets jetzt auch etwas, sagen wir, günstiger gesagt. Genauso wie hoffentlich auch dann die Steine mir besser gesonnen sind. Für den Anfang natürlich mal wieder ein üblicher Check hier, wie es gelaufen ist. Ich bewege mich nicht vom Fleck, immer nur so zwischen 300 und 400 rum. Und immerhin stürzt es nicht weit ab. An der Stadtliste gesehen wird immerhin positiv zu sagen, hey, lange Zeit kein vierter Platz, aber so viele dritte Plätze addieren sich ja nun mal leider auch auf. Okay, also fangen wir wieder an. Das war etwas vermissen. Action-Digger der Musik aufgelegt, wie man das so bei der Mittelalter-Musik so sagen kann. Nichts habe ich diesmal zumindest halt deprimierende Musik vermieden. Vielleicht baue ich sie ja noch später. Und mal schauen, wie es halt läuft. Kann sein, dass wenn ich es auf die selben Probleme wie heute Mittag stoße, der Stream nur sehr kurz wird. Aber nicht leicht den Teufel an die Wand malen. Es gibt noch jede Menge Zeit dafür. Also schauen wir mal, wie es läuft. Ich meine, mit meiner Hand habe ich jetzt wenig Beschwerden. Sie ist halt ein bisschen schwierig fertig zu kriegen. Besonders da ich aber hier damit rechnen muss, dass es deutlich schneller geht. Das ist auch nicht viel wert, blöderweise auch nicht. Ich dachte für einen Moment drüber nach, dass ich nur draußen probieren könnte. Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sie macht 9. Aber ich glaube, ich habe nicht das Material dafür einfach. Oh, ähm. Shit, nur einen kurzen Moment beiseite gerückt. Wir haben beiseite getappt, besser gesagt. Ja, ich sollte mich jetzt wirklich auf meine Hand konzentrieren und nicht darüber, wie gut oder schlecht der Stream läuft. Ich meine, ich sehe, ob es hier Probleme gibt. Weil ich natürlich schon etwas Probleme damit habe. Das heißt, dass mir die So 2 alle weggenommen wurden. Das heißt, hier bleibt eigentlich nur noch eben diese So 5, von denen es auch nur noch 3 gibt. Ja. Während ich tue das hier, was ich sowieso schon gekriegt habe. Eieieiei. Um ehrlich zu sein, bin ich eigentlich ganz froh darüber. Schlicht und einfach, weil diese Hand fertig zu kriegen ist ein Schmerz im Arsch. Mir wäre es eigentlich ganz lieber, dass jemand anderes halt mir dazu vorkommt. Und wir haben, ja. All die zwei Auswahl bisher, was sehr sicher ist. Ah, shit. Sowas habe ich befürchtet. Es gibt kurze Stottern. So. Aber solange ob es nicht drauf ist. Ganz für technisch einfach. Okay. So. Das geht schneller. Dann haben wir auch schnell die Gelegenheit zu checken. Okay. Und auch der Stream scheint sauber zu machen. Das ist schon mal ein bitterer Anfang. Aber zumindest ein ausgeglichener. Ich wurde nicht halt im Vergleich zum anderen da. Sonst hatte ich geschädigt. Ah, schon wieder halt sehr randlastig. 9.8. 9.8. 9.8. 9.8. 9.8. Ich könnte natürlich versuchen all die 3 zu 7.8.9 zu machen. Aber für was? Noch die wichtige Halt vor allem kriege ich die 7er. 10.8. 10.8. 10.8. Über deinen Fluch der Drochen muss ich mir keine Gedanken machen. Die Drochen kommen bei Marvel geschmissen. 10.8. 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 Ich habe gerade gesagt, ich schmeiße sowieso die Drachen, wieso habe ich keinen davon geschmissen? Keine Ahnung. Denn eigentlich hätte ich die 6 nicht loswerden müssen. Ach, Scheiße. Genau den hätte ich gebraucht hier. Mein Problem ist natürlich auch... Doch mal Rechi, ok. Und meine Hand ist mal wieder nicht annähernd fertig, also... Ich kapituliere 5 und 8 sind sicher bisher. Die 4 nicht. Die 5 auch, Norden habe ich nicht. Und diese 5 hier. Neu, wunderbar. Neu, 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 Neu. Die beiden behalte ich mir heute auch auf als wirklich absolut sichere Steine. Die kann keiner gebrauchen. Abgesehen vom absurden Szenario, das man vielleicht auf die 13 Weisen hinaus will. So, die habe ich wieder ablenken lassen. Rot, Neu, Zwei. Habe ich alles nicht, aber in meinem Leben hier noch den grünen Auflager. Und die 7 hier ist auch sicher. Eins habe ich nicht. Ja, jetzt sehe ich es in der volle Gedapte, das ist schön. Da ist schon eine deutlich bessere Hand, finde ich. Zumindest kann jeder viel leichter fertig werden, als halt diese komischen alle draußen Hände. Beide. Bedeut. So, geht es dann in der Valle, da diese W один in den Karne, das kann ich damit nicht noch ausgehen. Die Läge, das ist allein. Die Läge, das ist nichts davon. Aber wenn wir nicht nur mehr das, wenn wir nicht noch ausprobieren, das ist. So, alles ist gut. Und das ist jetzt auch đầu dancer. Wir warten, wenn wir da zu wissen. Und das ist ein wenig oder drüber, wir also machen. Da ist noch ein bisschen besser. Und das ist einfach nicht besser. Ja, nachdem ich das vorher mit den 7, 8, 9 und sowas von überhaupt nicht funktioniert hat, schmeiß ich jetzt einfach all das weg und versuch es diesmal mit 1, 2, 3. Korrektur mit 1, 2, 3, 4ern, 3, 2, 3, 4, 6ern, wieso habe ich beides das gleiche, das darf ich. Und die Soul Steine brauche ich jetzt natürlich nicht. Die Musik ist immer ein bisschen zu laut. So, shit, hier folgt ja top jetzt. So, shit wieder. Na komm. Wieso? Jetzt kriege ich wahrscheinlich einen vollen Straight und am besten noch einen Flush halt. Einfach nur von meinem Discard sagt. Weil ich hoffentlich nur kriege was ich, äh, weil ich nur brauche. Kriege was ich nicht brauche. Ernsthaft? Schon wieder? Okay, meine Hand ist wieder halt nicht an mir und fertig. Äh, diesmal schon deutlich fertiger, aber... Shit, ne, ich bin auch fast fertig. Ich kann nicht die Hand einfach aufgeben. Vor allem weil die 9 hier bei ihr ein sicheres Stein ist. Das heißt, das ist eine schöne Falle. Die eventuell dann die anderen rein tappen könnten. Komm schon, ihr wollt jetzt das neue Spiel, nicht wahr? Schau mal wieder, was hat die für ein Glück? Okay, sie hat die ganzen Zollsteine gebraucht. So, so. Hm. Okay, das ist schön. Okay, das ist schön. 6, 6, 8, 8, 4, 4. Ich fange jetzt an Pons zu nehmen, wenn sie mir angeboten werden. Und mit der Hand könnte man gut auf Dölinge gehen. Und eben nur Dölinge plus halt auch noch die... Äh, der Westwind wäre nicht gerade halt wertlos. Vor allem ist es deutlich einfacher halt Dölinge zu basteln, als zu versuchen das da... Das alles da zur Sequenzen zusammenzufügen. Was? Was? Mädel, du bist noch nicht mal aus... Wir sind noch nicht mal aus... Ah! Aus Ost 1 raus. Wie? 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 Wie ein Fliege schwirrt. Ein Mini-Fruchtfliege schwirrt um mich herum. Also wenn ich Bild in der Gegend herumgreife, versuche sie gerade zu erschlagen. Okay, ähm... Jetzt war ich wieder abgedehnt. Gibt's irgendwas... Okay, ja, jetzt hat er gespielt, damit er hat er gestimmt. 9, 6... Wunderbar, die 6er kann ich nämlich noch mal loswerden. Nicht diese 9, aber diese 6 hier so. Und diese 6, hüpp. Okay, gegen Ponden. Kann nicht sagen, dass mir das gefällt, denn... Jetzt bin ich sehr klar halt auf letzter Platz. Da ist mal wieder so eine ich-typische Situation. Ich habe nichts falsch gemacht. Niemals reingespielt. Sehr vorsichtig gewesen. Sehr besonnen und überlegt. Habe halt gesehen sozusagen, die Hände werden nicht gleich rechtzeitig fertig. Komme ich irgendwie weiter? Ne, letzter Platz. Einfach nur, weil die anderen mich dann so überholt haben. Beziehungsweise mich mit so was runtergepügelt haben. Ach... Manchmal glaube ich, ich wollte echt versuchen, ultra-agressiv zu spielen. Drei Steine abgeworfen und zwei davon sind ein Doppelkauf. Ja, das ist schön. Hm... Ich verstehe, worauf die anderen hier auswollen. Das ist halt so langsam eine Panik-Sache. So ein Motto. Ich will aber nicht zurückgelassen werden. Ich frage mich vor allem, worauf sie hinausführe. Mit heute 1, 2, 3 hat sie bisher keinen Jacken. Ich glaube, ich habe es erwischt. Wieso? Komm schon, es gibt mir irgendetwas, was ich brauchen kann. Nein, ich will nicht auf den G-Zug aufspringen. Alles nur fast fertig. Das ist unglaublich. Und ich wette, von denen sind einige schon in Tenpai. Die hatte ich kein Wort. Ah... Alles unnütz. Nein! Ich dachte mir, dass es gefährlich ist, aber ich konnte halt nicht drauf hocken bleiben. Okay, das war jetzt mein Fehler. Wenn das zu einer richtigen Niederlage wird, ist zwar das da zwar... Ist zwar sie und ihre erstaunliche Siegesserien. Dagegen konnte ich nichts machen, aber gegen den jetzigen Stand her... Das war halt ein übler Fiegel von mir. Das war absehbar, aber es war halt so spät, dass der frühe Dache von irgendjemandem gebraucht wird. Also es war halt kein Aufentischschlag. Den hätte ich in der Situation nicht abwerfen dürfen. Aber ich habe den Preis bezahlt, also... Aber immerhin haben wir jetzt hier selber zwei rote Fünfer auf der Wand. Und nehmen die Drachen bereit. Weil dann natürlich der Fluch der Drachen mich gerade erwischen könnte. Das ergibt schon an sich schon mal vier Paare. Das ist per se schon mal sehr vielversprechend. Das heißt, wenn ich aus denen hier irgendwie noch ein Paar machen kann... Das ist einfach nur der Hand fertig. Ernsthaft? Die beiden sind so... Ach ja, ich bin auch bereit. Hä? Aber kein Glück. Ich komme ausnahmsweise auch mal in Tenpai. Wow. Und da wurde die Situation nur noch mal schlimmer. Da hatte ich mal ein paar Duras auf der Hand. Rote Fünfer. Weil ich dachte, wie Duras technisch gut sehen kann. Na komm. Ich habe nichts zustande gebraucht in diesem Welt speziell. Das fürchte mich. Na komm. Und wieder, wie es so schön hat, der Fluch der Drachen sagt. Wenn man einen Drachen auf der Hand hat, gibt man die Hand nicht fertig, ist unmöglich, funktioniert dann einfach nicht mehr. Die Drachen bestrafen dich für die Arroganz, dass du glaubst, dass nur weil du einen Drachenjacke auf der Hand hast, du auch gewinnen kannst. Aber weißt du ja sofort das Gegenteil. Nicht, dass es für andere gilt, ich bin vollkommen überzeugt davon, dass sie wunderbar gewinnen kann. Und hast du drei Drachen? Sie hat drei große Drachen. Oh mein Gott! Wow! Sie hat die drei großen Drachen. Ich darf ihr nicht reitspielen. Ich gebe die Hand jetzt schon auf, ich bin so in... Das ist eine Jakuman-Situation. Ich dachte doch, die drei großen Drachen sind ein Jakuman, oder? Äh, shit. Nein! Moment! Nein! 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 Jakuman! Was heißt Paus? Was heißt Paus? Ich bin nicht mal ein Sau über diese Situation, das war groß, sag ich. Ich sagte schon, ich muss auch nur mal sicher gehen, das sind drei große Drachen, oder? Das ist eine Jakuman-Situation. Spiele einsteigen und sagen, äh, aber ich möchte eigentlich auch Ritsch machen. Spiele. Jakuman! So, wundervoll, das war großartig. Und niemand hat es gesehen. Hm. Nein, 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 nein. Kann man daraus... Okay, das hat die letzten 30 Sekunden geklickt. Ich schaue es mir danach und eventuell möchte ich einen Eilander daraus. Ich habe jetzt mal Machtverfuckt. Äh, blip. Und das Schöne ist sozusagen, mein Einzel... äh, mein... Vor allem, ich habe ihr auch noch den dritten grünen Drachen gegeben. Das... Das waren wegen mir drei große Drachen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, du schau, du bist nur sauer und immer so salzig, weil du... Weil du halt am Verlieren bist. Nein. Nein, nein, nein. Bei solchen epischen Momente liebe ich dieses Spiel. Auch wenn ich auf der Verlierer-Seite. Einer der großartigsten Momente, die ich blöderweise nicht auf Video habe, war, als ich zwei Jakobmanns auf einmal gefressen habe. Da war ich eigentlich auf minus 40.000 oder so. Mann. Äh, das... Ich habe aus der Flex da die Eins weggeschmissen, aber das war wegen Vendora hier eigentlich keine gute Idee. Sag mal. Aber da ist doch das Ärgerlichste. Das, was man wegwerft, gleich wiederkriegt. Aber das macht nichts. Ich bin grad so gut gelaunt. Wo meine Katastrophalen versagen, dass... Das eigentlich gerade nicht schief gehen kann. Oder dass sie sagt, dass mir nichts mehr die Laune verderben kann. Ja, immerhin. Okay, haben wir schon mal zwei Drillinge fertig. Und da noch einen dritten Drilling. Drei verborgene Drillinge sind dann schon mal eine Option. Das ist schön. Jetzt kriege ich der Eins einfach wieder, okay. Ja, wieso nicht? Das war Davies abzuschmeißen, also... Wieso behalten wir es dann diesmal nicht? Nee. Warte mal. Was ist das mit mir und meinem Gegenüber? Ja, das sind irgendwie die Gegenüber, die mehr schlimme Sachen haben. Wie zum Beispiel halt sehr frühe... Weiß. Ich hab nichts sicheres bisher, okay. Dass sie es genommen hat, war jetzt natürlich auch blöd. Toll, okay. Sie hat aber was sicheres abgeschmissen. Die drei ist dann auch schön sicher. Okay, arrangieren wir gerade mal Maruele. Bin nicht ganz sicher, ob ich die Hand wirklich aufgeben will. Denn vor allem, wenn ich halt... hier noch ein 7er auf die Hand kriege, wäre das sehr wertvoll. Die drei ist auf jeden Fall unnötig und halt recht... Die 2er sind jetzt weg. 4er gibt es nicht, 6er auch nicht. 2er... Nee, wenn ich die Hand öffne, habe ich keine verborgenen Drillinge mehr. Das hat nicht mich erwischt. Ist das wieder dieselbe Anfangssituation wie vor der Predierte? Nee, bei... Beim vorherigen Match war das Azuma. Also ist die Situation tatsächlich noch etwas besser. Im Endeffekt ist schön, aber... Ich warte mal wieder auf sozusagen die Mann 7. Wann tauchst du ja endlich auf? Ich meine, wer schlechte Hand ist, ist es nicht... Es ist halt langsam. Ich weiß nicht, ob die Hand rechtzeitig fertig wird. Vor allem, da ich hier eben auf der Seite nur eine 7 warte, da idealerweise noch eine 7 brauche. Ech, alles blöd. Das ist nicht eine 7, die ich brauche immerhin. Gibt's was Unnötigeres? Ich meine, die 4 ist auch so nützlich ohne die 3 und natürlich die 7 auf der Seite. Dafür brauche ich die 3 auch nicht. Die fahrt ja nur auf die 7 hier, um halt das Dora nutzen zu können. Ech, jetzt bin ich aber in der Situation, wo ich nichts mehr Unnötiges habe, außer halt die... Die Winter, äh, der Wind und heute noch ein Göhle Dachen. Na also, ok, dann machen wir das vollständig. Da ist ein 7 nicht gebraucht, oder? Das Problem ist halt immer noch, wenn ich die annehme, habe ich keinen Yaku. Mittlerweile vielleicht schon, wenn ich halt den dritten grünen Drachen kriege. Ok. Ok. Wunderbar, wunderbar. Darauf habe ich gewartet jetzt. Guck die Fliege. Aber wie ich schon mehrfach anmerkte, wenn ich mich auf die Drachen verlasse, bin ich... nicht verflucht. Hm, nee, kann ich es wohl nicht nehmen. Also eigentlich könnte schon, aber... Aber es nützt mir nichts, dann hätte ich halt die Dings von 6,7,8 halt als Ski genommen und würde halt nur auf der 5 und 8 drum sitzen. Das wäre ja auch nicht praktisch. Unnötig... Ach, shit. Da konnte ich blödweise halt nicht wissen, dass sie schon ein Tempai ist. Aber glücklicherweise war das ein eher harmloser... Ja, harmloser... Ja, harmloser... Ja, harmloser... Ganz im Unterschied zu einem verhandelten Yakuman. Ich muss einfach nur daran zurückdenken, damit ich steige das mal direkt wieder. Ist das noch eine? Mach doch mal. Ich glaube das ist Biodoxion. Oder ich sollte vielleicht mal das Fenster schließen. Alles theoretisch nützlich ist das Problem. Weil wir halt Weiße, 5,3er und 4er einfach alles als Zwillinge haben. Mal wieder würde ich auch sie liebend gerne nach Pons akzeptieren. Aber nicht cheese, danke. Oder ich könnte sie natürlich auch so kriegen. Vier verborgene Drillinge wären natürlich auch eine sehr schöne Angelegenheit. Bei den Westen ist sie ja unwahrscheinlich. Zwei ist auch nichts ordentlich gut, weil er halt davon schon lange liegt. Hier will ja möglichst halb mehr Powder haben. Zwei ist auch nichts ordentlich gut, weil er halt davon schon lange liegt. Okay, noch immer 6. Den habe ich schlecht. Den habe ich schlecht. Alles nur doppelt hier. Ich könnte am Ende vielleicht das Match aus 7 Zwillinge dann auf der hat. Vor allem im Stapel haben. Die gab es halt auch schon. Ja, kommen geht noch was nützliches. D5 ist dann jetzt auch nöt. Wundervoll, endlich noch ein Zwilling. Eigentlich könnte ich sie auch, was wahrscheinlich deutlich sinnvoller und offizieller ist, die längst uns Pärchen nennen, aber ich hasse es, wenn mir was vom Gesicht rumschwirrt, das kann ich nicht anfühlen. Das entschuldigt euch manchmal, wenn wir durch die Gegend greifen. Wenn das Match vorbei ist, mache ich auch das Fenster zu. Sollte es zumindest nicht noch mehr viel Zeit geben. Prinzipiell bin ich halt mal froh, dass es nicht mich erwischt hat und dass sie weiter runtergepügelt hat. Damit bin ich halt als derjenige, der am wenigsten doof war. immerhin meine zweite Position. Und wieder einmal, ich erkenne so langsam gewisse Muster. wie ich halt besonders verflucht bin. Zum Beispiel, die mir gegenüber sitzt, ist definitiv meine Nimesis. Sie gewinnt immer. Wenn ich Drachen auf der Hand habe, keine Chance. Drachen sind mein großer Fluch. Ach, das ist sehr cool. Es ist jetzt blöd. Wenn ich nicht abgabe. Oder natürlich. Ich verwechsel immer die Begriffe. Ich bin auch halt noch ein Newbie. Ich nehme das alles schlicht und einfach in der Überzeugung, dass ich den Besten kriege. Ich meine, wenn ich den nicht kriege, dann kann ich mir eigentlich gleich die Begriffe geben. Denn ich werde ja auch den Norden nehmen. Ach shit. Komm, gib mir noch ein Newbie. Neun wäre mir eigentlich auch ganz recht gewesen, wenn ich dann halt schon 2 Euro von hätte. Ach. Ach. Ach, schmerzt es einfach. Selbe Situation wie halt irgendwelche Drachen, die man noch auf der Hand rumschleppt. Wenn die anderen es schon weggeschmissen haben und man nur auf einem rumhockt, dann muss man sie halt gehen lassen. Das ist jetzt eine blöde Situation. Ich will ja echt nicht in die Falle reinlaufen und Beontan sieht es ganz relativ schlecht aus. Weil sonst ich schmeiße auf die Norden. Ich weiß, das hätte auch schlimm sein können. Nein, nein. Ich habe die Hand aufgegeben. Ich schmeiße jetzt alle Norden weg. Und den 9er hier. Und den Norden Westen. 9er 2 habe ich jetzt gerade nicht. 4er, 4er ist auch sicher. 8er habe ich nicht. 1er habe ich auch nicht. Die 8er auch nicht. 4er 4er. 2er nicht. 6er dann. Rot und Sumo. Du dachtest, du könntest gegen die bestehen, die gegen mir gegenüber ist? Wie ich schon meinte sozusagen. Ein deutliches Muster, was hier gemacht hat. Die, die mir gegenüber ist. Die hat all mein Glück gebunkert. Ich habe kein Glück. Die, weil die alles haben. Schön, dass ich nicht versehentliche Weise hier rein. Neunziehen ausgelöst habe. Nicht, dass ich das hätte tun können. Weil ich hatte nicht den vierten Morgen. Und das ist aber ein echt schöner Abend. Ich bin jetzt gerade sehr unentschlossen, ob ich die Hand öffnen soll. Nicht dafür auf jeden Fall. Das ist ja, ja. Tue ich. Einfach um hoffentlich das alles schneller fertig zu kriegen. Oh ja. Vielen Dank. Dann hier nur noch ein 5 oder 6. Da ist auch alles, was ich tun muss. Ich meine halt, nein, warte. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen sozusagen ausweiten. Ich überlege gerade, wie man das halt, wie man die Chancen verbessern könnte. Nichts ohne. Kaum 7 macht 9, ich meine dann kann ja wohl eine 6 nicht schaden, oder? Ja um jederzeit mehr zu können. Also muss man das anschauen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ganz schön. Ja. Das ist es ganz schön. Es ist ganz schön. Da ist es auch. Und das ist nicht so richtig. Und das ist sehr, wie du das nicht machen. Also nicht nur das wunderbar. Das war richtig. Es war richtig. Ernsthaft, wieso kriege ich keine Hand fertig, das ist doch, ach, das war so eine schöne Situation und spielt mir jemand rein? Stattdessen spiele ich anderen rein, um ihn auch noch einen richtig schönen Jakuban zu verpassen. Ich meine, allzu sehr kann ich ihn nicht beschweren, ich bin immerhin noch Zweiter, aber... Ah, ich will auch irgendwie was hinkriegen, ein Erfolgserlebnis, na komm schon. Und eigentlich die Drachen. Die Drachen regen mal wieder über altes Haupt und sagen, so, du willst also unbedingt eine Hand gewinnen. Welcherweise auch noch mit mehreren Jakubus, wieso akzeptierst du nicht unsere Hilfe? Ich gehe dann meist, dass ihr mich dann verfluchen werdet, ach... Ah... Alles wird so aus, Gibber. Wenn ihr wahrscheinlich diese Drachen auf die Hand geht, gib mir wenigstens ein Wettenweißen. Sie verspotten mich. Da ist doch wohl Reinhard, dass ich dann jetzt so sage, gib mir doch eigentlich ein Wettenweißen. Nee, da ist schon blöd. Und der Glühle ist auch noch nutzlos, weil wir hier nur einen davon haben und die anderen schon anfangen sie abzuschmeißen. Wo ist dieses Westviechchen? Oh, das ist schön. Ich frage jetzt, ob ich halt irgendwo hinkomme. Es sind nämlich nicht mehr gerade viele Steine übrig. Und absolut niemand gibt mehr Halt. Okay. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich nicht gerade hier jetzt und sofort sozusagen den weißen Drachen kriege, dann ist das hoffnungslos. Wenn es so real ist, ist das okay. 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 So bei ihr. Okay. Okay. So bei ihr. Und den roten wird sie auch nicht gebrauchen können. Deswegen gibt es nicht. Jetzt kriege ich einen weißen Drachen. Nee, nee, dann schmeiß ich dann. Hey, hier ist dann noch so lange zu. Natürlich. Es kann ja nicht angehen, dass ich auf zweitem Platz lande. Irgendwie irgendwo. Muss natürlich erstmal auf dritten verdrängt werden. Nicht gar Schlimmeres. Alles scheiße. Ich muss wieder auf Drachen hoffen. Oh nein. Und ich habe ja auch noch so gekriegt. Jetzt verspottet... Es verspottet mich halt wieder. Sagen so, hey, du hast die ganze Zeit beim letzten Mal auf den einen weißen Drachen gehofft, um irgendwie deine Hand fertig zu geben. Hier ist schon von Anfang an drei Grüne. Okay. Wird dadurch die Hand schneller fertig. Mal sehen. Äh, ja, was ist, nehme ich. Mal sehen. Mit zwei roten Fünfern bin ich nicht wirklich auf... Denklos bin ich nicht wirklich auf eine geschlossene Hand angewiesen, vor allem weil es auch mit einer geschlossenen Hand dann nicht so ein Lichtvideo gibt was da nochmal zusätzlich Punkte geben würde. Ne die Yacht kommt auch weg. Da muss ich halt vorsichtig sein, hier nicht die Hand auszubauen und mich nicht unabsichtlich in Fuitem reinschmeißen. Komm schon, gib mir nützliche Ding nicht noch anders. Oder Sachen die ich schon weggeschmissen habe. Der Ergepeer. Blöderweise kein Dota mit, das mir irgendwas nützt. 2 3 5 8 9, was ist das denn bitte für eine Situation? Eigentlich hätte ich hier die 8 9 eher behalten sollen, weil die 7 wertvoller ist. Weil die 7 nochmal ein 24 Dora geben würde. Wenn sie mir halt jemand gibt, dann würde ich sie überziehen. Nur noch 30, es kann also durchaus auch jemand auch schon in Tenpai sein, sei es sie oder halt jemand mit der verborgenen Hand. Scheiße. Keine gute Situation, trotz alledem. Machen wir das Ganze so. Das war jetzt Gehirnkrampf. Deswegen habe ich das gemacht, dass ich die Kombination nochmal ziehen kann. Dann dachte ich aber, ja, ja, aber andererseits, nee. Und hab dann die 5 weggeschmissen. Ich bin so unfähig. Und hab auch kein Glück, na komm schon. Und, nein, da kamen die 4 bei dem falschen. Rot, ja. Oh nein. Okay. Ich habe meinen Fehler erst gerade einen Moment zu spät erkannt. Denn so spät noch einen Drachen abzuschmeißen kann tödlich sein. Nicht, der ich gerade irgendwas dagegen tun kann, denn mit so wenig Steinen halt nur noch auf der Rand, ähm, hat man halt kaum noch eine Auswahl. Ist sehr okay für mich. Bringt mich näher an 2. Platz. Aber das hier, da sieht man an mir. Großartige Folge vorgestellt mit Drachen. Aber die Drachen verfluchen mich, wenn ich Drachen kriege. Eine Drachenhand kann und wird niemals fertig werden. Das war nicht mal ein Annähernd. Nicht einmal zu einem Tenpai. Das, obwohl sie dann offen war und ich alle nur denkbaren Möglichkeiten hatte. Wurde sie fertig? Ne. Der Drachenflug ist echt. Okay, das ist schon mal positiv. Ich bin immerhin der einzige, der Nord braucht. Naja, und damit kann ich die auch schmissen. Und weil ich einen Stein nicht lang genug gewartet habe, habe ich die Chance verbeutet, Nord zu benutzen. Sehr klar. Okay, das ist sehr schön. Schmeißen wir den. Läuft auch alles okay. What's los? Ne. Jetzt natürlich machen können, um dann die Hand zu vereinfachen und darauf zu hoffen, dass der Kan mir halt haufenweise Doras schenkt, die ich halt mit der neuen hier einfach nicht habe. Das Spiel verspottet mich. Hey, ich habe keine Doras. Dann kriege ich genau den Doras-Stein. Das hat noch nicht mal wieder hingesetzt. Das glaub ich mir immer wieder. Das hat noch nicht mal wieder hingesetzt, glaub ich mir immer wieder. Dann. Dann komm, hau sie nochmal kräftig runter. Ich hab' da jetzt mal wieder. Ich hab' ich hab' keine andere Hoffnung mehr. Ich hab' keinen, ich hab' keinen Jakku. Und nicht auf irgendwas was dann... Okay, behalten wir das einfach als Pärchen, sonst ist es auch okay. Ich hoffte schon, so lange kommen Zoxi runter. Ich meine, Zoxi runter. Ah, was mache ich daraus? Das mache ich daraus. Na komm, hau sie runter. Schön an ihrer Situation ist sie erteilt. Null Hemmungen, wahrscheinlich aggressiv zu spielen. Was, jemand anderes ist in DG? Kann da mir doch furcht sein. Selbst wenn man verliert. Ich komme nicht mal in Tenpai. Und der eine Dora, auf den ich gekauft habe, wäre diese neun hier alt gewesen. Großartig. Ja, gib her. Die 3 ist tatsächlich auch sicher. Nicht weil ich irgendwie in Tenpai, weil ich in Tenpai kommen will eigentlich, aber nein. Ach komm schon, ich bin der Einzige nicht in Tenpai. Das ist bitter. Ich hätte gedacht, dass zumindest irgendwelche der anderen halten, also zumindest sie halt dann in der anbetrachte Situation ihre Hand drauf gegeben hätte, aber nein. Offensichtlich nicht. Ne, der ist wieder drüber. Die Gleichstandssituation ist vor allem echt ärgerlich, weil, wieso hat dann keiner fertig gemacht? Aber nein, du hast dann die Herschkarte gezogen einfach, weil du zu vorsichtig warst. Okay, lösen wir halt diese ganze Situation auch, weil ich noch nicht bereit bin halt, die beiden anders aufzugeben. Jetzt ist natürlich auch nichts, hier in Ordner 6 wieder zu akzeptieren. Und das geht da hinten mal wieder. Lustigerweise ist halt weder Ost noch Nord halt gerade ihr für sie relevant. Vielleicht geht's hier aber auf der Länge. Oder auf vier Himmelsrichtungen, das wäre natürlich halt auch ein Überhaber, wobei Westen schon größtenteils weg ist. Okay, auf der Länge. Also ich gebe einfach diese Hand auf, nicht während sie halt auf so einer arg wertvollen Hand rum krebst. Alles die Länge ist schon schlimm genug, aber halt nochmal mit drei Doras oben drauf. Spiele nur noch was bei ihr sicher ist. Hm, doch nicht vier Rinder. Das ist eigentlich eine sehr bittere Situation, die Hand jetzt schon aufgeheben zu haben. Ich sehe eigentlich praktisch nichts sinnvolles, was ich gerade tun kann. Nicht wenn meine Hand gerade so langsam ist und das da hinten rumlummert. Okay, es gibt keines sonst den Grünen mehr, also kann ich die jetzt auch wunderschön als sichere Steine schmeißen. Roten dachten wir natürlich auch verloggen zu schmeißen, aber es könnte auch eine sehr üble Falle sein. Die E2 kam mir gerade auch plötzlich. Die E2 oder ansonsten halt die 4. Und dann die A8. Ne, die A8. Ne, die A8. Ne, die A8. Und dann die 4. Und dann die A8. Und dann die E3. Und dann auchpe домой eine kleine ∑� Bren story. Und dann die Apใชppe mit dereen事enARTMEN. Ja, genau, vraiment Living für ein aus hurtigen. Aber das ist das Thema im Ausmaß. Und dann meineемaras filmed, da hat diese Arten ab gelernt. Dad denn da hat Dr. Und dann kriegt wieder höchstMO Iya rein. resumes tudo die stationary Leere Carl. Ich, was du gibst. Hm. Niemand hatte Tempel. Okay. Das ist sehr merkwürdig. Zumindest bei ihr war... Okay. Aber das ist einfach ein sehr stranges Match. Wobei inzwischen beide Flüche unter denen ich leite. Eindeutig wieder bestätigt sind. Die, die mir gegenüber ist, klaut all mein Glück. Und sobald ich Drachen auf der Hand habe, ist es unmöglich, dass ich meine Hand fertig gebe. Beide Flüche haben sich mal wieder fadkräftig zu Beweis gestellt. Ne, funktioniert es noch nicht. Ja, Spaß auch. Neuer Jacken. Neuer Jacken. Das ist gut. Und... Aber... Das ist mal wieder eine sehr grundlegende Hand, die scheinbar nicht einmal so unmöglich schnell fertig wird. Irgendwie hatte ich einfach in diesem Match Null Glück. Einfach nichts ging richtig. Du hast meine vorherige Hypothese verweist, sie sorgt mir all das Glück ab. Da können halt sagen, ja natürlich, wir haben ein Duscher, du öffnest dir auf deine Hand nicht und nimmst das ganze Zeug an, aber so viele Gelegenheiten hatte ich nicht einmal. Ich fragte mich schon, was geht denn eigentlich mit der Verbindung schon wieder? Ah, ich hätte die Zeug noch ein bisschen behalten können. Ich würde ja auch das benötigen. Und die Süden auch. Ich bin jetzt einfach nur so paroniert. Es geht halt ihr nicht rein zu spielen. Aber in dem Fall nützt es mir tatsächlich, weil das, was bei ihr sicher ist, tatsächlich halt gerade auch nichts Schlimmes für mich abzuschmeißen. Weil ich kicke auch wieder nicht die Handfertigtes drauf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Manchmal würde ich sagen, hey warum du schon, du jammerst zu viel. Aber ganz ehrlich, bei nur noch 10 Steinen übrig, nicht einmal den Tenpike kommt. Was soll man da machen? Ah, die Acht ist sicher. Nicht auf letzte Sekunde noch irgendjemanden reinspielen. Ja, die Neun dann auch. Gehen wir aber noch ein bisschen ausbauen könnten. Wenn wir nochmal 20 Steine hätten, könnte ich vielleicht einen Tenpai kaufen. Ne. Geht es weiter. Hm. Okay, diesmal war sie der einzige in Tenpai. Das ganze bleibt dann auch noch in Süd 3. Da zieht sich ein Farbschild sozusagen so, ne, ich hab keinen Bock mehr. Aber... Ja, da kommt sie wieder. Ja. Oder liegt das gerade an meiner Verbindung? Also, nee, nee. Das liegt halt daran, dass sie gerade nicht auswählen konnte. Wobei meine Verbindung gerade auch etwas gestoppt hat. Interessant zu sehen, wie das gerade so rauf und runter ging. Sobald sich das halt Twitch nicht beschwert. Oh nein, komm schon. Ah, ich glaube ich hab sie erwischt. Hier. Es gibt mir regelrecht Hoffnung doch noch auf den zweiten Platz zu schaffen, wenn sie mich halt nicht gerade runter prügt. Sowohl Norden wie auch Osten ist unnötig für mich. Sowohl was gar nicht am überlegen wird. Ich bin der Prophet von Mayong, ich muss nur sagen was unnötig für mich ist und schon kenne ich hier spontan. Das Anze scheint wirklich dauerhaft weg zu sein. Aber ich krieg nichts. Ich habe tatsächlich buchstablich nur Orders und Terminals hier da. Das muss man erstmal hinkriegen. Okay jetzt nicht mehr. Das muss man erstmal hinkriegen. Wie so eine Hand. Ja, gib her. Nach 7 und 2, so kann das Tier heute sogar ein kompletter Dilling werden. Aber ich würde mal damit rechnen, dass sie viel früher fertig ist. Aber man darf nicht vergessen, sie stiehlt allem ein Glück. Und außerdem habe ich die weißen Dachen auf der Hand, die verflugten mich gerade sowieso. Dachen. 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 Dautreens. 5 8 12 9 10 6 Das Bete ist, sie nimmt mich nicht mal ernst. weil sie schmeißt nicht, was bei ihr irgendwie sicher ist. So, sie macht einfach in ihre Hand. Krumpskrach scheint halt sozusagen auf 9 punkte Rekord auszusehen. Das wäre interessant gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ich hatte gerade für einen Moment ernsthaft überlegt, ob ich auf die 13 Weisen hinausse. Was habe ich das getan? Ich habe es für einen Moment geistig halt mit dem Mann durcheinander gebracht. Der gehört da nicht auch gleich direkt weg. Sag mal... Die verfluchten Urstöpsel jucken, wieso? Ach, was hat sie bitte für ein Glück schon wieder auf Luigi in der Hand fertig? Das ist doch... Hat sie gerade hier unter neu getrieben? Ja, definitiv, definitiv. Oh, wow. Und zwar so richtig heftig. 90.000 positiven. Ach du Scheiße. Immerhin hat sich diesmal nicht mich erwischt. Ich bin gleich wieder da, ich mache das Fenster zu und kurze Pinkelpause. Aber prinzipiell bin ich mit diesem verfluchten Spiel noch nicht ganz fertig. Aber wirklich! Wait, ich kenne dich nach Länders. Oh nein. Ich bin gleich mal bist du auch ein Lieber von der Hohenfein. Weit ich dich, geht nach Länders. Ich bin ganz fertig. Ich bin ganz fertig. Ich bin ganz fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Ohren jucken hoffentlich weniger, damit ich zumindest wieder etwas Musik hören kann. So, gut genug. Die Musik hat die Musik fürchterlich leise. Oh ja, ich meine, im Stream hört man sie praktisch überhaupt nicht. Ja, shit, ich bin ein Idiot. Ich hab die, ähm, ich hab mich ja vorher durch Scherze sagen, so, hey, ah, die Musik ist immer ein bisschen zu laut. Und sie dann an der Quelle leiser gedreht. Aber das nicht halt, aber das im Stream, der Stream-Lodge-Jacker dann nicht kompensiert. Ich glaube, ich hätte fast meine Ahnung in die Dose am Tisch befördert. Ah, lauter Kabel. So, bisschen mehr zentriert war sozusagen auf die Kamera. So, bisschen mehr zentriert. So, bisschen mehr zentriert. So, bisschen mehr zentriert. Keine Wunder, ich habe wohl verdient gehabt, aber es ist heute à dept 3er-Pakke. Und jedes Mal denke ich mir sozusagen, hey Warmduscher, wieso spielst du nicht noch ein bisschen mehr Osten sozusagen, so mit diesem Ruckzack hier halt, mal sehen was man sofort hinkriegt und gutes Spielen scheint, glaube ich, besser zu laufen. Aber daran denke ich mir, ah ja, aber die Großen, die spielen ja auch, dann nehmen wir Osten. Auch wenn ich dir für ein Ding halt noch mit die Liga gehöre. Also die Liga halt. Das kleinen Jungen da, der da mein Auto ist, das muss verständlich sein. Aber wieso? Wieso? Das fängt ja wieder schön an. Vier, sieben, sechs. Ich habe mal wieder drei Paare auf der Hand. Theoretisch könnte ich daraus versuchen, halt dringende Länge zu zimmern. Und zwar vereinfachen wir halt die Hand. Dann kann halt auch nichts schief gehen, wenn das mit dem Deling dann halt auch nur sozusagen ein paar Deling. Das sind noch keine gefallen, also kann ich mir da in Hoffnung machen, dass da halt noch ein Pärchen dabei rauskommt. Okay, das ging verdächtig schnell. Blöderweise habe ich keinen vierten Deling. Ich hatte gehofft, dass der halt sich währenddessen ergibt, während ich die anderen drei zusammenstelle. Aber die blöderweise kamen die anderen, kamen die alle zu schnell. Ich habe nichts mehr, wo ich mir großartig Hoffnung machen kann, dass ein weiterer Drilling entsteht. Ich hoffe jetzt vor allem halt hier auf die Sequenz hier, scheiß auf Reihen Drillinge. Hauptsache ich kick die Frontend, fertig. Und natürlich, der gute alte Flug besteht weiter. Sie saugt all meinem Glück. Es kann nur sein, dass sie gewinnt. Aber es ist gerade einfach nicht absehbar, wie es ist, weil alle. Okay, der gute Herr aus... Sollte ja nicht ein paar weniger Finger haben. Zumindest höre ich mich nicht richtig an seine Anibärchen, oder? Er hat doch Finger verloren, oder? Also in irgendeiner Art und Weise wurde er verstippelt, da bin ich mir nicht sicher. Okay, nicht drüber nachdenken. Erstmal halt hier mich drum kümmern. Wow, okay, das läuft sogar nicht nur gut, sondern hervorragend. Löt, dass ich daraus nichts machen konnte. So was möchte ich immer denken, halt, geh auf den Straight, aber nein, 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 nein. Eine 9 ist schon weg, und... Wer weiß, ob es miteinander klappt. Aber die 4 bis 8 ist schon mal sehr schön. Die Frage ist halt nur, ob ich noch eine 3 dazu kriege. Ja gut, eine 1, 2 auch nicht schlecht, dann könnte ich die 2 schmeißen und das halt einfach als Pärchen behalten. Nicht... Nicht... Ich rede von einer 2 und kriege natürlich von der 1, ne? Oh, weil ich eigentlich von der 1 zu redet, aber also... Ich bin nicht mehr ganz bei der Sache. Ahhhh... Ne... Auch wenn es sehr verlockend ist, dann nur eine wirklich reine, simple Hand durchzuziehen, Wäre mir gerade etwas zu billig. Nicht am Anfang, ich bin gar nicht verzweifelt genug. Ich dachte gerade, wo ich das kommentiert habe, Willi, drückt ihr mir jetzt seinen Ron rein? Nein, nein. Blöd, das Dora zu schmeißen, aber wenn ich das machen, fällt nicht gebrauchen. Kommen wir heute wirklich zu einer ganz vereinfachten Art. Weißt du was, es wird so langsam so spät, dass ich etwas verzweifelt bin. Das heißt, ich muss jetzt ernsthaft in Betracht ziehen, die Hand zu öffnen. Wenn ich halt überhaupt ein sinnvolles Angebot möchte und kriege. Ich habe 4 in einer Reihe, 4 in einer Reihe und 5 in einer Reihe. Alles nicht sinnvoll per se. Was macht man da raus? Die 8 kann er nicht gebrauchen zumindest. Äh endlich mal jemand, den ich mit er ansprechen kann. Ich finde viel zu wenig Leute spielen, wenn ich erweitere. Das hat das halt sein. Die Maut hat das einfach. Das ist tatsächlich halt. Das ausspricht. Wie die selbe Position wie Vorher. Ein Übermächtiger. Der Rest von uns schlägt sich halt, wer eben 2, 3 oder 4 wird. Die man ja in meiner Statistik gesehen hat. Delta 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 Delta. Und nochmal Delta. Ich steige ab. Aber nur sehr sehr langsam. Ich meine, was ist das jetzt wieder ein Ramsch? Ihr könnt ja in der Draußenhand versuchen, aber dafür ist es nicht genug. Die Steine, die ich kriege, sind natürlich auf der anderen Seite hin und 5. Ich meine, wann war die letzte Hand, die ich vernünftig fertiggelegt habe? Sollte ich halt sozusagen hier. Schnell fertig. Ich erlebe nicht, dass ich irgendwie in den letzten Matches überhaupt so in der Hand hatte. Ich arbeite immer noch auf meinen dritten Noster. Immer der Vorteil davon, dass er einfach jetzt... dass er einfach jetzt sozusagen all die Punkte abgesahnt hat, dass er immer Dealer war. Hat natürlich dann sehr viele Punkte eingebracht, aber wenigstens dann halt... hat es sozusagen die Runden eingeformt. Oskar hat nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich mach mir das schon wieder. Hmm, das ist ein Mensch. Wenn ich schon sozusagen sage, dass hey okay ich nehme alles, Hauptsache ich werde fertig, dann werde ich nicht fertig. Ich werde nicht fertig, nicht mit den Osten und halt den Ponds und allem drum und dran zu zeigen. Okay, ich hätte eigentlich... Reiner Reflex, weil ich dachte so, weil ich zu sehr ihn gerne hatte. Warte auf die 7. Eigentlich wäre die 5 zu nehmen und die 8 zu schmeißen, deutlich sinnvoller wäre. Wieso noch ein Zimmer? Weil, wieso nicht? Was ist das denn bitte wieder für eine Situation? Wir sind noch ein Ostzweig. Das sieht bei sehr gut aus. Das dachte ich aber auch schon über diverse andere Hände. Okay, hier ein Training fertig. Oder halt sozusagen, wenn man das ganze Insequenzen macht, geht auch. Mal schauen, ob das kurze Stottern hier sicher auch... Dass die 8 da weg sind, ist auch blöd. Gut. Okay. Okay. Ja, nehm ich dann noch. Und wenn ich hier noch die 4er und die 7er... Halt als D-Gerabe. Und dann nehmen... Was? Was? Nein! Wieso? Ach... Ernsthaft schon wieder? Mit 24 Steinen übrig... Haut der einen nochmal wieder in die Tür aus. Ich meine, ich will grad einfach halt nur irgendwas gewinnen, um mich... Mich etwas von anderen hier, die genauso übel haben... Verlieren... Und dann sind... Abzuheben... Möglicherweise gibt es halt nur noch eine 8... Mit 3, 4, oder? Das ist nicht die gerade beste Situation. Aber besser wird es halt einfach nicht. Aber dass die 8er halt schon mal da liegen... Okay. Okay, machen wir das anders. Ich vertraue auf die eine 6, aber dafür ist es halt... Ernsthaft? Was hab ich... Das ist bei... Da ist nicht mal... Die Situation sind nicht mal großartig meine Schuld. Jetzt wart... In anderen Matches genauso. Einer zieht einfach davon mit... Zumo, 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 zumo... Zumo, zumo, zumo... Was soll man da machen? Was soll man da machen? Was soll man da machen? Wieder einmal bevor er sozusagen... Als... Nee, ich kam schon in Tenpai aber sozusagen... Ich bin jetzt wieder zu viel durch den Winter... So... Nicht auch du, bitte! Nicht schon wieder, Dritter! Nicht schon wieder! Was soll man da machen... Was soll man da machen? Was soll man da machen? Um vier zu sein... Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte... nicht schon wieder Dritter! Ich habe nicht gesagt... Dann... 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 Dann machen wir die Drachen halt Schnips und sagen... Okay, dann bist du halt nicht mehr ein Dritter! Bitte natürlich erfüllen wir gerne deinen Wunsch! Ich kann doch nichts dafür! Ich krieg keine Hand fertig! Nichts! Nichts! ... ich... You're right! ... Ich würde sagen dass du hier das dran hast, da bitte einmal hast an dem Winter... Der, dass du vielleicht mal kurzum... Ich dimensionalstand socioe552 comentários und dann... Aber nur, ich würde einfach maler Geld dafür hier... ... Ich würde nicht gerne nehmen! Das lustige ist immer noch aus 3, aber werde ich immer noch halt keine Hand fertiggegenrein Was sind Smetan? Nein, nicht. Dann habe ich keinen Yaku. Na komm schon, wieso? Das hätte ich sehr gut gebrauchen können, sehr gut. Aber wenn ich sie nehme, habe ich keinen Yaku mehr. Und dann habe ich keinen Yaku mehr. Endlich, endlich mal halt eine Hand zumindest in Tenpai. Das ist bei mir gerade eine 4 und 7 hier. Eine 7 weniger. Endlich, endlich mal wieder. Endlich, endlich mal wieder. Endlich, endlich mal wieder. Na, und wem schon mich gerade angespielt hat? Ja, Simon, okay. Endlich, endlich mal wieder. Halleluja. Okay. Okay. Was mache ich aus der Situation? Hier die 5 dann auch weg. Dann kann man hier eigentlich sehr fix fertig sein. Ja, für mich habe ich 6, das ist okay. Noch die 8 schmeißen. Äh, nicht die 8. Hier muss ich sagen, die 8 können auch fertig werden. Also hier oben die 8 schmeißen. Ja, wo ich schon von 8 dann gerade rede. Da ist es schöner an mir sozusagen. Ich bin prophetisch. Es nützt mir bloß nichts. Weil ich etwas sage und dann passiert das spontan. Aber nicht in irgendeiner Art und Weise, die mir etwas nützen würde. Wenn ich jetzt sagen würde, ha, jetzt gewinne ich spontan mit Jakob an. Ne, das ist sowas nicht mehr mehr. Sowas passiert mir nicht. Ne, macht keinen Sinn, da was 1, 2 zu machen. Ne, wo es auf den 3 zu machen ist, denke ich, schlechter als halt die Haare aufrecht zu halten. Genau, damit es hier eben dann entweder einzuracht wird. Na, komm schon. Ich meine, das ist eine größtenteils wertlose Hand. Aber ich möchte einfach halt nur meine Arme verzweifelte dritte Position irgendwie halt aufrecht erhalten. Lustigerweise wäre es besser für mich, wenn das Ganze dann zum Gleichstand endet und ich dann der Einzige im Tenpai bin. Das wäre tatsächlich, ich denke, das wäre wertvoller für mich, als halt, dass mir jemand rein spielt. Ich habe es mir Leiden, ich habe es mir leid. Ich werde das ein bisschen행. Ich habe es mir leid. Im Vergleich dazu war das halt einfach ein viel Geschisse. Ja, wenn ich so oft sage, was soll man machen. Na, wollte gerade fragen, wie lieb das an mir, dass es da hängt, aber in seiner Reaktion kann man ablesen, dass es auch für die anderen gerade echter heftig ist. Was ist denn das? Was für ein Haufen hier? Ich meine, theoretisch ist das hervorragend, wenn ich halt irgendwie was davon auch tatsächlich kriegen würde. Ja, was ich vertraue heute auf das, dass ich halt diesen ganzen Haufen hier einfach vollkriege. Scheiße, ich brauche alle. Okay, grün kann ich jetzt schon messen. Das ist immer etwas, zumindest wenn ich nichts anderes Besseres halt zum Schmeißen habe. Da kommt zumindest einer davon, muss ich ja wohl irgendwie fertig kriegen, oder? 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 Und auch nicht schallbar! Vielleicht hat da noch jemand anderes auf zwei Weißen rum und auf zwei roten Filme möglicherweise. Auch buchstäblich nur einen davon, dann schmeiß ich den und dann bin ich in deinem Ball. Ja, danke, hier, ach 8 oder Weiß hier, gesackt getan, blöd, dass die 8 war, dann stell die Weiß und sonst hätte ich halt noch einen Yakuina rausholen können, aber ich beschwere mich mal nicht. Doch, ich beschwere mich schon, aber hier ist ein leicht schaucher Beschwerde. Wow, das sind eine Menge Paare, beziehungsweise schon ein fertiger Dilling. Ich würde sagen dann, ja, straight auf nur Dillinger. Ich denke, was besseres kann man daraus nicht machen. Ich denke, es ist noch ein Tag. Kann ich nur das nachfragen, was alle schon weggeschmissen haben. Ich meine, das wäre wunderschön, wenn ich nicht auf Dillinger gehen würde. Ich meine, wenn ich einen 9er hier schmeiße, muss ich nicht auf Dillinger gehen. Aber diese Gelegenheit aufzugehen wäre schon etwas bitter. Aber er hat mir gerade Teil 3 meine Pfeife hingeschmissen. So, das bis extra bisschen Pseudora sozusagen ist es mir dann halt einfach wert. Was? 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 Nein! Wieso aus dem Nirgend? Ein reiner Straight, okay. Wieso? 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 bin ich so hilflos? Wieso? 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 dass sie halt seine Decks abmacht. Wieder einmal so rasend schnell, konnte ich nichts dagegen unternehmen. Kein Reinspielfehler, keine alternative Sache, die ich da hätte irgendwie... keine alternative Hand, die ich da hätte bauen können. Na, was geht denn gerade mit meiner Verbindung gerade? Ich sollte einfach... Ich ignoriere jetzt schlicht einfach diese Ramschi. Wenn ich gerade halt die Verbindung halt komplett abkackt und sowieso dann OBS sich beschwert... Oh! Okay. Fallen wir so nicht. Ich versuche jetzt einfach zu vermeiden, halt nochmal runtergepügelt zu werden. Das Blöde ist, es ist nicht mal alles einfache, es ist nicht mal ein Pinto. Da ist einfach ein Nichts der Ramschi. Das halt einfach als schnellstes fertig wurde. Okay. Man hat nicht meinen Sitzflöschgebung. Ach. Oh hey, ein Ruder-Doden mitgenommen, wie ich bin. Das ist immerhin etwas. Ich müsste immer einen Yakuman reinwürgen, damit... Damit das nicht... Wenn ich immer einen Yakuman reinwürge, ist es auch das Letzte, weil ich da gewonnen habe. Warte, ja. Er ist auf jeden Fall der Weg, ne? Na gut, wenn sie gewinnt, ist es nicht das... Nein, wenn sie gewinnt, ist es nicht das Letzte. Aber das ist natürlich auch eine Gelände gesagt, suboptimale Lösung, oder? Das sieht bisher recht schön aus, so ist es nicht. Das wäre voll gemerkt schön, im Sinne von... Schadens bei Jensen. Kann... Kann ich an ihn herankommen? Nein. Definitiv nicht. Kann ich an sie herankommen? Und so ein Unterschied ist halt auch immerhin so 14.700 Punkte. Aber das heißt nicht, dass ich so ein Dreifach-Dora einfach liegen lassen sollte. Ja. Ach, die... Du verstebst die Jucken immer wieder, fürchterlich, oder? Aaaaaah. Falls jemand da natürlich fragen möchte, hey, Warmduscher, wieso zum Teufel trägst du nicht mein Kopfhörer oder sowas? Ja. Weil meine Deckerkappe natürlich, wie kann ich auch bei der Kappe bitte eine frünftige Kopfhörer tragen? Oder, hey, wieso kaufst du nicht teure, ähm, richtig teure Halt, aber stellst du dir vielleicht besser sitzen? Ehh. Dann spendet mir Geld. Dann kann ich das vielleicht tun. Allgärts auch bitte spenden. Dann sollte absolut niemand mir Geld spenden, weil... Was zum Teufel gibt's von mir zu sehen? Ah, was für ein Ransch. Und selbst diese letzte Hand, die ich unbedingt fertig geben will. Wenn ich überhaupt noch eine Chance habe. Wenn ich überhaupt noch eine Chance habe. Dann so zu sagen, hey, du... Kenn du deinen Platz? Und zock dir dann noch ein bisschen Pünktchen ab. Was für ein Scheiß, ehrlich, was für ein Scheiß. Schau dich mal diese Statistik an. Was ist das bitte? Was ist das? In 10 Spielen siebenmal töter. Siebenmal. Wahrscheinlich jetzt achtmal. Das war richtig schön so ein freudischer Verzeiger. Weil, wenn ich jetzt nochmal halt das Spiel starte, dann... Wer hat der... Wer hat der... Wer hat der... Achter... Dritte Platz. Das war eine Voraussage. Im Zerz. Äh... Ich bin erinnern, aber da kann ich nicht rein. Komplett völlig übertriebenen... Äh... Animationen sind einfach so... Ich wollte mich instinktiv beschweren, dass ich mir halt anders überhäuft werde. Aber das wäre in dem Fall unfair. Wollte ich sagen, als ich direkt halt mehr anders kriege. Okay, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9... Das ist... Okay, okay. So sehr ich diesen Avatar auch nicht mag, eben dieser Emote ist halt nur zu lustig. Das ist... Ich meine, da haben wir halt so dieses komplett übertriebene... Arg... Ehe... 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 Fuchsfrau sozusagen, die da... Untersteckt... Steckt halt ihr Chibi-Spahn... Und halt im Schnee... Das ist... Okay... Ich... Ich... Ich hab doch nicht so viel gegen sie hier einfach wegen, ne? Weil sie hat ein paar Lust gegeben. Das... Das... Das muss man ja auch sagen. Vielleicht sollte ich mich aber auch tatsächlich mal in meiner Hand regnen. Wieso hab ich den Weiß sogar geschmissen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Versteht ihr, weil... Weißer Drache und ich weiß nicht? Hä? Äh... Schieß mich hier mal bitte. Eigentlich wollte ich den Glühendrachen schmeißen wegen... Hier schon einer liegt. Das ist die 4 gefallen. Das ist auch ärgerlich. Und ach... Wo cui... Okay! Immerhin! Immerhin! 4 und 7 in ja! Gut genug! Blöd, dass ich vielleicht vielleicht noch etwas weiter darum gewurschtelt habe... Um... Was machst du? Ne, 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 ich hab ja oft gern es halt auch. Vergiss es nicht, was ich gesagt habe. Ah, okay. Das war zwar... Oh, das war ein PINFON. Hab ich gar nicht jetzt darauf geachtet. Wollte schon behaupten, das war komplett wertlos eigentlich, aber ich nehme nicht ganz immerhin ein PINFON mitgenommen. Prinzip war halt auch noch Dealer. Deswegen auch nicht so wertlos, wie es am Anfang auch so war. Aber bei all den Leuten, die bereits halt ihre Hände geöffnet haben, wusste ich definitiv halt meine auch fertig spielen. Ich glaube, die Musik ist immer noch zu leise. Nein, 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 nein. Okay, okay, das... So, und... Sorry an diejenigen, die möglicherweise... Ah, ah, scheiße. Ich sollte auch nicht einfach so... Ah, ah... Ah, sorry Kumpel, dich kann ich gar nicht geworfen. Ich meine, es hat gerade Steam aufgepackt, den wir sehen haben. Fuck, ich habe alle meine Bedenkzeit aufgepackt. Ah, ich bin gerade nicht mehr auf der Lüge. Ich glaube, er hat gerade lang genug gestockt. Egal. Wow, okay. 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 Das hat großartiges Potenzial für die Kleinen, wenn nicht gerade die großen. Ich kann es verschweigen, da haben wir noch eine halbe Flasch hier jetzt. Das ist echt eine faszinierende Hand. Wir haben vor allem bereits immer noch geschlossen. Wow. Das ist krass. Natürlich nichts gegen mich als so was absurdes für einen Jakuman. Aber vor allem vielleicht hätte ich sie länger aufhalten sollen, um halt noch den Roten Drachen mitzunehmen. Jetzt habe ich mich halt dagegen entschieden. Ich bin gerade schon wieder auf der Lüge und die Kiste auf der Lüge. Das sieht auch verdammt gut aus. Das sieht auch aus. Das ist nur instinktiv ärgerlich, wenn man ein Pärchen zu dem pickt, was man schmeißen wollte. Wow. Okay. Weil wieso nicht? Dann sind wir halt auch damit fertig. Da ist so natürlich irgendjemand kann mir das ganze streitig machen. Wenn ich sehe nichts allzu wertvolles. Das einzig wertvolle sind halt die beiden Rotten Finver. Und halt natürlich Richie. Wobei sie mir jetzt natürlich halt den Richie geklautert und auch noch an meinen Dealer genutzt in das Toast. Mmmh. Okay. 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 Ich habe mein Mikrofon nicht ausgestellt. Ich bin nur sehr... Neh. Leicht verärgert über die letzte Situation. Eigentlich war das ein hervorragendes Setup für mich. Und das halt am Ende dann doch nicht funktioniert hat. Ebenso mit... Zwei. Zwei. Äh. Zwei, sieben, acht, sieben, acht. Das schreit entweder halt entweder auf Zwillinge zu gehen. Oder auf der Länge. Oder auch gar nichts, weil sie mehr als sie vorkommt. Nichts davon ist richtig sicher. B5 ist halbwegs sicher. Einfach weil sie ja keinen 3-4 mehr hat. Weil sie nicht mit dem 3-4 warten kann natürlich. Aber theoretisch habe ich halt so viele Zwillinge, dass ich nur noch Ponds annehmen muss um zu gewinnen. Er fordert halt allerdings, dass ich diese Ponds halt auch kriege. Ich hätte Robin zu schnettig gewonnen, bin ich rein auf Zwillinge gegangen. Ja, die 8 ist zumindest schon eine weg. Macht da recht wenig Unterschied für mich. Also gut für dich. Auch wenn es natürlich schade ist für meine Situation. Beide Samsche. Ich hätte auch West oder Süd hier schmeißen können natürlich. Aber ich war zu genervt davon, dass es halt hier halt etwas äh, was soll ich sagen. Soll ich es ausdrücken. Müll klingt so unhöflich. Soll ich es ausdrücken. Soll ich den Noten hier auch gleich loswerden kann. Soll ich es ausdrücken. Was für ein Teufel ist das denn bitte? Ich bin der Einzige, der bisher nicht all die Hand geöffnet hat. Ich meine okay, wenn Sie sich um einen zweiten Platz schlagen, ist das für mich völlig okay. Solange sie halt nicht als viele Punkte dabei kriegen. Das wäre eben dann nur ein recht harmloser... Nein, der nimmt nur eine recht billige Hand. Ich stand halt mit all den Neunern, kann ich halt auch nichts machen. Vor allem wenn die Neuner dann halt einfach die Basis meiner Hand bedeuten. Ähm... Nein. Nein, nichts davon, danke. Nein. Es ist gut 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 Natürlich kann ich alle drei Neuner hier loswerden. Das wäre sogar in der mittlichen Position, das wäre sogar sinnvoll, wenn es die sichere wahr ist. Ihr versteht, was ich meine. Jetzt ist gerade echt die Frage, was werde ich los? Hm. Hm. Nicht genug an so das Bärchen, um zu versuchen daraus Drehen zu machen. Einfach nicht genug von allem an Küchen, deswegen ist diese Hand auch noch so schwach. Wenn hier einfach nur noch eine sechste zukommt, sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Wurde ihr beide könnt euch weiterhin um den zweiten Blatt schlagen, das ist auch okay. Also was fühle ich damit halt in einer recht wertlosen Hand. Oh nein. Jetzt wieder zu sein, ist für mich richtiggehend gefährlich. Denn jetzt kann man mir halt richtiggehend ein sein werden. Jetzt ist die Situation, um mal zu sagen, kannst du hier. Ich weiß was. Ich öffne die Saat. Einfach scheiß auf alles. Ich will einfach nur diese Hand. Nichts anderes zählt. Und unglücklicherweise sind diese Norden nicht hilfreich. Ich frag mich halt nur, was sie dann als Jako ein Jako haben könnte. Wenn sie halt schon am 1,2,3 akzeptiert hat. Denn ich muss halt diese Hand vereinfachen oder halt... Keine Idee. Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Es gibt keinen Daosten mehr. Ich muss diese Hand vereinfachen oder noch zwei Weiße kriegen. Zwei, drei, drei, fünf, fünf, sechs. Das ist auch eine schöne Kombination, oder? Die Kombination ist wertlos. Na komm. Okay. Ich wollte gerade anmerken, sagt nicht, dass mein Internet abgekackt ist. Nicht, wenn ich gerade mal tatsächlich seit langem die Chance habe, erster zu werden. Bitte. Ich möchte anmerken. Ich hatte mehrfach gesagt. Das hat sich auch mehrfach bestätigt. Die ging mir gegenüber. Ich bringe mir Pech. Da ist mein Nemesis. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Das, was sie halt macht. Das hat sich natürlich auch wieder bestätigt. Okay. Okay. Ich bin noch erster geblieben. Ich dachte gerade so, scheiße, wahrscheinlich zitze ich mich vom Thron. Aber nein. Ich habe tatsächlich immer wieder seit langem ein Match gewonnen. Ich habe mich vom Thron. Jetzt haben wir nicht so wirklich Zuschauer einen Test an mir. Also ich weiß nicht, wer... Da ist so eine gute Frage, wer streamt denn eigentlich gerade so einen Alonso? Da ist tatsächlich jemand, der in Raid Shadow Legend streamt. Ich bin einfach... Ah, ich bin streamen, naja. Ja gut, jede Menge bessere Leute als ich streamen. Das war halt ein richtig schönes Spiel. Ich war nur gerade mal gierig. Absolut niemand schaut mir zu. Und woran könnte das liegen? Vielleicht weil... Ich halt nur auf der Adeptum klebse vielleicht. Darum könnte es natürlich irgendwie dranhängen. Aber endlich, endlich mal... Endlich mal diesem Sumpf entkommen hier sozusagen. Auch wenn das nicht gehört, alle Tage... Sehr, ähm... Na ja, eben sehr erfolgreich. Nein, nicht erfolgreich. Natürlich war es erfolgreich. Sehr ertragreiches Match machen. Da bin ich irgendwie auf 70.000 gekommen bin. Und hier noch nur zwei. Wow. Definitiv nichts, was ich beschweren möchte. Aber rein aus Prinzip beschwere ich mich natürlich, dass das alles noch nicht ein Doppel-Reachiever oder gar halt ein... So, ich weiß nicht mehr, wie die Hände heißen. Egal, egal. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Hände heißen. Genau, nein. Die Dinge, wo man halt zieht und schon gewonnen hat. Vielleicht sollte ich... Vielleicht sollte ich... Vielleicht sollte ich halt... Eben, da ich eindeutig das nicht habe... Sollte ich vielleicht nicht halt auf das konzentrieren, was ich gerade habe. Äh... Wir behalten wir halt mal die Drachen. Auch wenn ich mir auch der Überzeugung bin, dass die Drachen mich grausam verfluchen. So, mit vier Drachen kann ich eigentlich dieses Amt nicht zu Ende kriegen. Ich muss natürlich... Sie wollen mir spontan das Gegenteil beweisen. So mehr schien es halt sinnvoll gewesen zu sein, den grünen Drachen zu schmeißen. Oh ja, dann ist es wundervoller. 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, shit. Und das heißt natürlich, es könnte jemand anders zuerst fertig sein. Die 2 ist blöderweise nicht sicher. Aber ich will halt diese Hand nun auch nicht aufgeben. Sie ist dafür zu... Zu fertig. Zum Glück war... Zum Glück war der Chi nicht besonders... Nicht so besonders wertvoll. Uff... Nur 1.300 von mir weg. Uff... Uff... Okay. Aber das war krass. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoah. Shit. Die Hand wird geöffnet, sobald ich die gelegene Lage dazu kriege. Ich... Oder ich brauche zeig. Als Scheibe bauemente todavía etwas gar nicht und... Also ich tu alles, um diese Hand fertig zu kriegen. Muito. Nicht das. Sie muss natürlich simpel bleiben. Aber das auf jeden Fall. Tschüss. Einfach nur hier. Oh shit. Da fange ich das Zeug, was ich gerade abgeworfen habe. Komm schon. Komm schon. Ich kann doch wohl nicht hier diese ganze Dota verlieren. Das kann doch wohl nicht angehen. Ja. Ach, das ist ärgerlich. Nein. Nein, du kannst. Ich werde definitiv nicht aufgeben. Ich werde definitiv nicht aufgeben. Deswegen nicht aufgeben. Okay. Okay. Sechs, sieben. Nein. Nein. Wieso? So. Nur sechs, sieben. Ach. Ach. So viel Dota. So viele Punkte, die ich da hätte abzocken können. Ach. Shit. Ich weiß nicht, ob ich hier mitten oder da weinen bin. Aber ich glaube nach, wegen meiner Wutgarde verflogen ist, bin ich hier. Nein. Ach. Scheiße. Komm schon. Nein. Vor allem kriege ich dann halt als nächstes eine... Ne. Ne. Ich meine, ganz so schlimm ist sie da wieder auch nicht. Wir haben einen 5er. Wir haben hier den 7er Dota. Ich kann halt schon was draus machen. Mal eventuell. Eventuell. Moment. Wenn ich nicht halt das ganze Raum schaffte. Warte. Ernsthaft? Okay. Ich gebe heute ja Durftes. Wenn so früh schon ein Ritchi fällt, dann... Wenn so früh schon zwei Ritchis fallen. Ah Gott. Nein. Die 2 ist okay. Die 8... Nee. Okay. Wenn ich eine hätte. Ich habe keine 9. Ich habe keine 6. Ich habe einen Jurgen. Der ist okay. Sechs habe ich nicht. Zu. Ach. Nicht gut für mich, mein Dealer. Okay. Weil es nicht alles so dramatisch ist. Meine Güte. Wie beschwerst du dich denn bitte? Du bist auf Platz 2. Okay. 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 Ich habe nichts geerteilt auch mal, dass er mal ein bisschen Erfolg hat. Moment. Ja. Aber ich habe das... Das ist... Grottig. Ich muss mir das genau anschauen. Das fasziniert mich jetzt eine Menge. Sie ist sehr... Oh. Sie ist sehr Newbie. Okay. Und auch recht schnell halt. Oh. Ich bin nicht drauf. Okay. Vielleicht sollte ich mich mal auf meine eigene Hand konzentrieren. Dann verliere ich vielleicht auch weniger häufig. Äh. Dann der grüner als nächstes. Äh. Ne. So die Hand fahren möchte ich eigentlich nicht. Und dann... Ne. Und dann halt nur hier drüben. Ja. Weißt du was? Machen wir es mal. Dann löse ich hier natürlich die 1 auch wieder auf. Nein, das Spiel verspottet mich. Was war das denn bitte? Das war ja einfach nur sozusagen ein Arsch, steht mir persönlich gegenüber. Aus dem Nichts hat sie plötzlich halt sozusagen ihre Hand fertig. Während ich nur Ramsch kriege, den ich bereits habe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, schön, 3, 5, 6, 7, gut. Was machst du hier? Okay, ich behalte dich mal für nicht ganz nur. Kannst du mit deinem Kärchen aussuchen. Oder wenn ich halt die 4 auf die Hand kriegen würde, wäre das natürlich auch nicht schlecht. Oder dann jetzt auch noch die 6 dazwischen. Okay, okay. Ist okay, ist okay, bleibt mal hier. Wenn ich halt in der Zukunft nicht auch noch mehr Ramsch honors kriege, kann das eine sehr wertvolle Hand sein. Und kann sie tatsächlich. Kann sie tatsächlich. Kann sie tatsächlich. Ich finde. Eigentlich ist es ganz praktisch. Hier halt einfach dann mal was als Erinnerung. Als ständige Erinnerung halt sozusagen fest zu klicken, wenn man schon in Reaches ist. Ich finde es sollte es irgendwie als Option geben. ja. Set führende es非常 gut. Und... Und jetzt… Interessanterweise scheinen sie halt, aber scheinen die anderen auch nicht unbedingt auf Nummer sicher zu spielen, oder? Das ist natürlich da und da. Okay, Süden ist auch noch mal sicher. Zwei. Ja, zwei auf Nummer sicher, ich weiß nicht. Na komm. Wobei es natürlich sein kann, dass die anderen auch im Tenpai sind. Das wäre meine Möglichkeit. Und auf den letzten Stein. Auf den letzten Stein. Vorbei. Wir hatten beide vier und zehn. In anderen Farben, okay. Das war zu mir jetzt halbwegs lustig. Aber echt schade, schade, dass mir halt so viele Doras wieder durch die Lappen gegangen sind. Ich hatte seit Ewigkeiten halt keine so richtig saftigen Hand. Zumindest keine, die halt durchgekommen ist. Okay, Osten ist mittlerweile wertlos. Da ist eine Ramsch und da ist... Ich bin versucht einfach alles anzuklicken und wegzugehen und was anderes zu machen. Das war ja so überramschhaft ist das. So überramschhaft ist das. So überramschhaft ist das. Es kommt halt auch nichts richtig zusammen. Sie bleibt zerfleddert. Oder ich kriege halt Sachen, die ich gerade gerade abgeschissen habe, die immer noch nützlos wird. Das ist so schön. Das war's. 4, 6, 8. Ernsthaft? Aha. Sobald ich hier 5, 7, 7, 1, 6, so viel. Ich hab so viel Ramsch versichert. Und da ist eine 7, die ich hätte brauchen können. Endlich mal! Dann hätte ich immerhin mal 4 Pärchen. Daraus können sehr schnell 4 Drillinge werden. Hätte ich auf diese 7 gewartet, würde ich mich jetzt nicht so ärgern. Ich weiß immer nicht genau, was genau diese Emote überhaupt bedeuten soll. Ich benutze sie einfach mal, weil es sich übergeben wird. Die 6, davon gibt es einfach keine mehr. Ich benutze sie einfach mal. Mehr Ramsch, öfff Ja, war zu erwarten Also war vor allem zu erwarten, dass ich halt nichts fertig kriege Bei der Hand, die... Was? Nein, was? 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 Ich... Sie sagt Re Det. Sie sagt ein Rund. Fuck! ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hmm. Hmm. Amen. 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 I can't, I can't, unfortunately I have to give up, wait, better shut off the mic. I can't, unfortunately I have to give up, but I have to give up, wait, better shut off the mic. I can't, unfortunately I have to give up, wait, better shut off the mic. I can't, unfortunately I have to give up, wait, better shut off the mic. I can't, unfortunately I have to give up, wait, better shut off the mic. I can't, unfortunately I have to give up, wait, better shut off the mic. I can't, unfortunately I have to give up, wait, better shut off the mic. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das könnte natürlich jetzt ein Fehler gewesen sein. Na, darf. Okay, sie muss sich entscheiden. Entscheide ich von Rutsch. Ja, du hast mal fast einen Herzenfaktor gepasst. Andererseits, das sieht zwar sehr, sehr schön aus, aber es wird nicht rechtzeitig fertig, würde ich sagen. Ne, ich geb's auf. Sieben, drei, acht, die acht nicht, ne, die sieben mehr. Sieben, zwei, okay, okay, die zwei kann ich schmeißen. Das ist kein Problem. Ich meine, wenn du absolut möchtest, sag ich mir halt... ...dann halt einen Flush basteln, ist voll okay. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist es natürlich blöd Moment, ne ich brauche keinen Laden Ich sag mal irgendwie Im Twitch starte mal wieder Das ist eine sehr schwache Hand Die kann doch Eben, vereinfachen wir sie Die Hand ist so schwach Ich will sie offen haben Eif, damit ich irgendwas mit anfangen kann Besonders wenn wir die anderen Ach scheiße Gehe ich halt nur mit Hilfe von anderen zusammen Okay, hier habe ich immerhin mal ein Pärchen Eben, drei, vier Das ist schön Aber neuner sind scheiße Hier immerhin schön ist sozusagen Dass sowohl die weißen Dachen Wie halt der Südwind Das ist gut Sicher sind Ich meine hoffentlich haben sie Angst Das ist, dass ich jede Menge Vierer auf der Hand habe Das wäre halt eine Möglichkeit Weswegen ich spontan halt beschließe Ach scheiße, ich will jetzt halt die Hand öffnen Ansonsten ist das, was ich halt gerade tue Recht wieder zu was Verhalten Okay, aber sowohl Acht wie Süden Sind momentan sicher Der Dreier nicht, aber Okay, dann ist nicht nur Acht, sondern auch der Sechser Ist gar nicht sicher Ganz saft Versuchen wir es mit dem Sechser Ich würde es gerade annehmen Ich meine, in meinem zweiten Platz wäre ich nicht unglücklich Wir denken, wir haben noch eine Menge Runden Das ist echt cool Kommt schon ernsthaft Jetzt stürzt mit dem Sechser Und nicht dafür Ja, diese Zuckung Egal Ich checke am Ende wie das Ein Video ausgesehen hat Ich kann mich gar nicht damit beschäftigen Das ist schon sehr ärgerlich Ich kann mich gar nicht Und ich kann mich gar nicht da kommt schon die einzige steile die ich nicht brauche kriege ich natürlich zu rauf er sagt mal ich sag mal ich sage ihnen dass du von ihr halt dass sie dich hier abgezockt hast was sollte ich dagegen getan auch 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 Shit. Was zum Teufel. Diese Hand ist zu gut. Ich habe zu viele Möglichkeiten. Ah. Ah. Okay. Okay. Die Hand ist zu gut. Ah. Was soll ich damit anstellen. Zu viele Möglichkeiten. Weil ich damit eben noch machen kann. Okay. Schön. Schön eben. Ne. Zu gut. Okay. Immerhin das mal fertig. Das lass mal so. Da komme ich. Es würde so viele Probleme lösen. Wenn ich halt die roten Daren kriege. Aber nein. Fluchte Drachen. Schlägt man wieder völlig zu. Wann immer ich Drachen auf der Hand habe. Dann kann die Hand nicht fertig werden. Das ist halt so. Und ich möchte denken sozusagen. Ja. Aber Warnduscher du. Du. Du machst doch jetzt fertig. Ne. Das wird nicht fertig. Das wird auf gar keinem Pferl fertig. Weil der Fluchte Drachen. Wird einschalten. Ja. Ja. Das zählt nicht. Ja. Aber es waren halt. Okay. 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 Das kann ich mir nur so erklären. Es waren nur zwei Drachen. Es hing nicht von einem Drachen ab, dass die Hand gelingt. Deswegen. Der Fluchte Drachen war nicht ganz. Sozusagen. Ganz so stark. Wie er hätte sein können. Und was sind wir euch mehr zu trinken? Hm. Ja. 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 Jawohl, ma negative. Ja. ich glaube mein dumm geschwätz hat meinen einzigen zuschauer vertrieben gerade wieder das war jetzt tatsächlich schwierig so viel was zusammenhängt ist aber ja die frage ist wo soll ich halt versuchen den letzten so 3 4 5 6 alles fertig das ist schön also war ich nur noch hier oder hier genau na komm shit nee 2 nützt mir genau gar nix ach komm schon ich fast fertig hier komm schon gib mir das ritchie ja genau darauf habe ich doch gewartet hier doch 2,5 ich meine nicht dass es ein besonders wertvoller ant ist ja 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 auch interessant ist die anderen halt genauso schnell abwerfen scheinbar sind wir alle in tenpai und warten halt bloß auf den einen fehlt ja 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 dann nicht ja 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 so viel wertvoller werde hier wird die hand halt ordentlich gewesen also ein 3000 punkte gleichstand ist vollkommen okay für mich wieso habe ich nicht nur zuerst geschmissen keine ahnung ich bin mittlerweile recht angetunen ja weißt du was wieso nicht die hand öffnen eine ganz simple eine ganz gewöhnliche simple hand und auch nichts anderes dazu das war dann wieder ein kampf sich zu entscheiden ok welche davon hat die besten chancen kann ich hier auf die sieben zaufen das nützt nur mir was ich nenne es mal so es kann mir was nützen kaum schon die genau die sieben die durch halt das kann die hier freigeschaltet wurde so so das fand ich sehr schade dass ich halt dicht darauf gewartet habe oder halt eben sozusagen dieses pod angenommen habe ansonsten hätte es doch mal richtig halt mehr einbringen können so 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 Neun! Ach Scheiße! Das war bitter! Das war's für heute! diesmal ist die hand geschlossen wenn ich irgendwie noch mal halbwegs viele punkte rausbringen möchte dann muss sie geschlossen bleiben ansonsten ist es halt einfach einen Haufen Hübsch ich habe gelogen mir ist auch gefallen ich könnte daraus auch einfach nur Delle machen ja ich muss einfach mal diese 5-6 loswerden denn nichts davon ist bisher sordentlich vorhanden ich kann auch gerne sozusagen noch hier noch ein Kann reinhauen um vielleicht in die Hand wertvoller zu machen wie wie du wie man vielleicht merkt es äh äh auch diese Hand kriege ich einfach nicht fertig so viel Achter so viel Achter wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich meine, das ist definitiv keine schlechte Hand. Aber halt wieder einer, bei der ich mich fahre, ob ich sie überhaupt fertig gehe. Ich meine, das ist definitiv eine schlechte Hand. Ich meine, das ist definitiv eine schlechte Hand. Es kann schnell fertig sein oder halt endlos umeierend. Immerhin? Immerhin. Ich meine, viele ist nicht wert, aber das sollte halt zumindest... Ich meine, ich hätte einen Platz zementieren, wenn mir halt nicht mein Gegenüber zuvorkommt. Okay. 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 McGraw traits vezprochen her... Okay. Okay. Vielleicht sollte ich mal den neuen Charakter ausprobieren, so als mächtiger Magier könnte er vielleicht meinen Fluch brechen. Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. Ja. 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 Ja.